Musik Oh, was ist denn hier los? Ja, genau, wir drehen heute unser erstes Musikvideo. Digga, kein Zeil. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Was ist hier denn passiert? Posiert schon mal ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen mehr so eine Schlange. Vielleicht sieht Luftballons, spielen heute eine große Rolle. Ihr arbeitet hier schön und ich nicht. Ein Fleck auf ein T-Shirt. Wir müssen auch mal gucken, was jetzt da unten los ist. Hallo. Sack. Tu so, als sei ich nicht da, aber sei besonders witzig. Das klappt irgendwie. Wie fühlt sich denn unsere Hauptdarstellerin Laura vor der ersten Aufnahme? Sehr gut. Sehr gut. Hallo Freunde. Na, wie ist es da so? Wir stehen hier schön in der Röhre. Wir brauchen ein paar Spinnen und kleinen Säcken, aber läuft's. Musik 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 Hallo Laura. Hallo, wie geht's dir? Kannst du mal singen vielleicht? What night? It's been a day early. I speak in too close. Das ist aber ganz krass ist das hier. Sing doch mal. Ich grüße alle da draußen an den heimischen Fernsehern. Ich möchte euch sagen, ich liebe euch alle. Besonders meine sächsischen Freunde. Singen, singen. Eiii, ei, ei, kein schöner Land in dieser Zeit. Boah, erzieher. Simon. Darf ich den zweiten Drehort vorstellen? Ja. Gerne bitte jetzt den zweiten Drehort vorstellen. Was passiert hier gerade? Also ich puste gerade ein Schlauchboot auf. Der Bayer stinkt ziemlich. Vielleicht machst du das mal vor. Ich mach das einmal vor gerade. Moment, ich muss hier eigentlich diesen Stock nehmen. Moment, Achtung. So, wenn man jetzt nämlich mit dem Stock einmal hier rein piekst, schön tief, blubbert das ziemlich doll und was man jetzt im Video nicht merkt, es riecht ziemlich ekelhaft. Ich meine, vorhin von dir gehört zu haben, dass du dich ziemlich darauf freust, um den Weiher zu gehen. Und Simon, macht Spaß, oder? So, Simon, was ist jetzt dein Problem? Ja, ich opfer hier halt meinen schönen Körper auf und lauf hier durch das übelste Morassmeer. Meine Stiefel sind voll mit Ekelwasser und ich versicke mit jedem Schritt tiefer, versacke ich in dem Morass, denn es stinkt und es blubbert an meinen Beinen, aber ich fühle mich auch sexy dabei. Wo sind die Mädels? Ja, wo sind die Mädels? Wo sind alle die Ladies hin? Die machen sich hübsch, also die sind zu Hause, machen sich neue Frisuren, ziehen sich ihre Abendkleider an und kommen hoffentlich gleich. Vermisst du sie schon? Ne, ich bin noch so ein bisschen, ob die jetzt nicht nachher sagen, nein, nein, machen das auch nicht. Davor habe ich eher Angst, also vermissen ist schon okay, aber das ist nach mir raus, versteht's? Das ist mein Training. Boah, ich mag jetzt kurz atmen? Boah. 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 Und bitte? So Freunde, an wen schickst du hier was? Der Luftballon muss die anderen einholen, weil er ist nicht so fett für die anderen und deswegen muss er das schaffen. Ah krasch, vorall der Contest, und du? Ich schicke den jetzt an meine Mama. Ah, an deine Mama. Und jetzt mal alle Luftballos. Los. Wie beim Foto heute. Das reicht, der erste Drehtag ist rum, wir schicken unseren Gruß an Gott. An Gott? Ja für das Wetter das ist so toll, an den Himmel. An die Wissenschaft! Love is in the air!